2024, ein urgruseliges Jahr, ich hab gar keine Ahnung was da passieren wird, aber die Simpsons haben es mir gesagt und zwar hier bei Creepypasta Lunge, welcome back to the swagging channel meine Freunde, die gruseligen Vorhersagen, Letzo Fetzo, das ist Creepypasta Lunge by the way, das ist sein Dad, die nächsten Jahre angeschaut, sei es nun die Baba Vanga, Nostradamus oder auch der deutsche Wahrsager, Alois Irlmaier. Das ist ein Wahrsager, Bruder, du gehst zu dem Haberer, du gehst zu dem Haberer und der sagt dir, was geht ab, oder für fünfeinhalb Groschen sag ich dir, das ist doch kein, das ist ein Filter, oder? Oder ist das ein echter Mensch, naja. Und auch dieses Jahr werden wir uns deren Vorhersagen wieder anschauen, aber vorher wollen wir unseren Blick auf eine Serie richten, die bekannt dafür ist, dass sie immer und immer wieder auf gruselige und präzise Weise es geschafft hat, die Zukunft vorherzusagen. Es geht hierbei um die Simpsons. Gebt jetzt eure Predictions ab, was wird nächstes Jahr passieren? Ich wüsste gar nicht, was ist das für eine crazy Lampe? Mit über 700 Folgen der Simpsons, die es bis heute gibt, passiert es in der Vergangenheit häufiger, dass die Produzenten der Show Dinge gezeigt oder erwähnt hatten, die Jahre später Realität wurden. Trump wird neu gewählt? Ja, könnte eh sein, keine Ahnung. Also ich sag für YouTube, pass auf YouTube Prediction. Irgendwer geht broke, also halt irgendwer kommt raus als broke. Irgendein neuer Kanal, also relativ neuer Kanal, der jetzt noch unter so 5000 Abos hat, wird 200k Abos knacken, der wird richtig durch die Decke gehen. Also mein Drittkanal. Na, Spaß beiseite, ich hab keinen Drittkanal. Und genau, neues Apparat-Statement, das auf jeden Fall. Von der Erfindung von FaceTime über eine schreckliche Pandemie aus Asien bis hin zu der Präsidentschaft von Donald Trump war alles dabei gewesen. Die Vorhersagen der Simpsons sind sogar so präzise, dass es eine große Gruppe von Leuten gibt, die der Verschwörungstheorie glauben, dass die Macher der Show geheime Informationen besitzen, entweder von der Regierung oder von Zeitreisenden, und dass sie diese Informationen versteckt an uns weitergeben wollen, damit wir vor zukünftigen Ereignissen, von denen zum Beispiel die Regierung schon längst weiß, geschützt sind. Meistens bemerken wir erst, dass die Simpsons recht hatten, wenn diese besonderen Events eingetreten sind. Doch heute wollen wir einmal genau das Gegenteil machen. Wir wollen einige Vorhersagen der Simpsons anschauen, die nächstes Jahr Realität werden könnten, oder es teilweise schon sehr wahrscheinlich sind. Ihr versteht gleich, was ich meine. Also, viel Spaß mit diesen hypothetischen Spekulationen, was die Simpsons für das kommende Jahr 2024 vorhergesagt haben. Okay. Trump 20. Ey, also ob? 2024. Wir beginnen direkt mit einer Sache, wo wir jetzt schon ziemlich sicher sein können, dass die Simpsons recht behalten werden. Es geht hierbei um die... Glaubst du schon, wie ist denn das gerade mit der Präsidentschaftskandidatur? Die ist ja jetzt noch nicht im Gange, oder? Warte mal. 2016? Oh ja, müsste ja schon. Bin ich gerade dumm? 2016 wurde Trump gewählt. Und zwar ungefähr, ich weiß nicht, wann die das immer machen, im August oder so? Also ein bisschen so Sommer bis Ende des Jahres. Und dann hat er ab dem Jahr darauf angefangen. 17, 18, 19 und 20 war er Präsident. Genau. Und 2020 war dann Biden. Wer ist denn jetzt gerade so aufgestellt, Alter? Die Kandidatur, beziehungsweise die Wiederwahl von Donald Trump im Jahr 2024. Biden hat sich wieder aufgestellt wegen Trump, aber der ist auch nicht gerade besser. Also von Biden gibt es auch so lustige Videos, ne? Kennst du das, wo er so, ähm, wo er so... Er hat so Kopfhörer quasi und wo ihm, wo ihm irgendjemand sagt, was er sagen soll. Und die Person in den Kopfhörer sagt quasi so, and now say thank you. Und er sagt dann so, ja, now say thank you. So, du merkst halt, dass er einfach nur irgendwas nachspricht oder sonst. Ist schon lustig. Mein Favorite Clip von Joe Biden ist der, wo er vom Fahrrad fällt. Ist eigentlich nicht lustig, aber der Clip, irgendwas hat er. Folgendes war passiert. Im Jahr 2015 wurde eine kurze Folge namens A Trumptastic Voyage von den Simpsons veröffentlicht. Quasi eine Reaktion auf die Kandidatur von Donald Trump zur Präsidentschaftswahl im Jahr 2016. Dort steht Homer hinter Trump auf einer Rolltreppe und starrt intensiv in die Haare von Trump und wird dabei sozusagen hineingezogen. Was er dort in der Haarpracht sieht, ist unfassbar. So sieht er zum Beispiel mysteriöse übernatürliche Gestalten wie den Bigfoot oder auch verspundene Personen wie Emilia Erhard. Und er macht dort auch scheinbar eine Zeitreise. Denn im Hintergrund, während er so durch die Haare fliegt, sieht man ein Schild, das folgendes zeigt. Trump 2016, Trump 2020 und Trump 2024. Nach seiner Kandidatur. Okay, aber dann ist es ja nur die Kandidatur, oder? Weil letztes, also im Jahr davor hat er da... Ich bin da komplett lost, oder? Er hat nicht sicher, dass ich wieder aufstehen lassen. Kandidatur für die Wahl nächstes Jahr in den USA waren viele Leute schockiert, da die Simpsons scheinbar schon wieder recht hatten. Denn unter dem Slogan Trump 2024, der auf vielen Wahlplakaten von Trump zu sehen ist, zieht der Ex-Präsident erneut ins Rennen ums Weiße Haus. Doch hier hört die Vorhersage angeblich noch nicht auf. Denn nach Trump 2024 kommt noch ein weiteres Schild, welches auftaucht. Und zwar Trump 2028, sprich die darauf folgende Wahl. Sollten die Simpsons... Kann ich mir eh gut vorstellen, wie alt ist Trump? Ich glaube, der macht das for real so lange, wie er kann. ...recht behalten, dann würde dies bedeuten, dass Trump die kommende Wahl nicht gewinnt, da er ansonsten 28 nicht erneut antreten dürfte. Ah, stimmt. Stimmt, 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 stimmt. Oder? Stimmt das? Da er bereits seine beiden Amtszeiten absolviert hat. Ich dachte, du darfst nur nicht dreimal in Folge, aber ich dachte, du darfst zweimal, dann einmal aussetzen zum Beispiel und dann nochmal. Okay, wenn das stimmt, lol. Dies könnte also bedeuten, wenn die Simpsons Recht haben, dass sie sowohl die Kandidatur Trumps 2024 als auch seine Wahlniederlage vorhergesehen haben. Mal sehen, ob sie nur mit der Hälfte oder komplett mit ihrer Vorhersage Recht behalten. AI dreht... Oder Trump wird gewählt, bringt dann ein neues Gesetz durch, dass... Also ich weiß, das geht nicht so einfach, aber ihr wisst, was ich meine. So, dass du dann nochmal gewählt werden darfst, dann wird er sich zumindest nochmal aufstellen lassen. Durch. Künstliche Intelligenzen sind mittlerweile immer vertreten da. Besonders 2000... Einfach Vanillekipferl als Roboter. 23 erweiterte sich der Markt massiv. Von Textbasierten AIs wie ChatGBT über Bildgenerierende AIs wie Midjourney bis hin zu künstlichen Intelligenzen, die Stimmen imitieren oder auch Gesichter nachahmen können, ist alles dabei. Auch ziehen immer mehr AIs in unsere Haushalte und Firmen ein und übernehmen große Teile der Arbeit und Infrastruktur. Die hält das wie so ein Kind. Die ist richtig glücklich darüber. Warum bist du glücklich darüber? Warum bist du glücklich darüber? Sag's mir. Doch die Simpsons könnten eine grausame Vorhersage für das kommende Jahr getroffen haben, indem die AI anfängt durchzudrehen und einen eigenen Verstand entwickelt mit katastrophalen Folgen. In der Folge, der unheimliche Vergnügungspark aus dem Jahr 1994, besucht die Familie des Simpsons Itchy und Scratchyland. Dies ist eine Anspielung auf Disneyland und dort sehen sie, dass der gesamte Park von Robotern geführt wird, die scheinbar mit einer AI, also einer künstlichen Intelligenz, ausgestattet sind. Im Laufe der Folge passiert ist, dass genau diese Roboter plötzlich durchdrehen und anfangen, alle Besucher umbringen zu wollen. Dies passiert, nachdem Professor Frank den Wissenschaftlern im Park mitteilt, dass die Chaos-Theorie besagt, dass alle Roboter und künstlichen Intelligenzen irgendwann durchdrehen werden und daraufhin schreckliche Dinge tun. Dass sie also anfangen, einen eigenen blutrünstigen Willen zu entwickeln und sich mit diesem Willen gegen ihre Schöpfer und alle anderen Menschen stellen, bis sie die letzten Überlebenden auf der Welt sind. Oder sie, oder das ist eine Anspielung auf Five Nights at Freddy's. Viele vermuten nun, dass diese... Sehe ich jetzt nicht für 2,24. Ich glaube, da kann man auch noch ein bisschen warten. Tesla hat ja jetzt so einen Roboter. Also probieren... Na, Tesla... Roboter... Hat sie es gesehen? Oh, lustig ist es der? Na, Optimus Gen... Ah, hier, vor 8 Tagen. Der hier. Das ist so lustig, da hat eh auch einer geschrieben. Die schauen so krank aus und dann... Weißt du, die bewegen sich wirklich wie so Menschen, aber die gehen so, als würden sie sich gerade eben anscheißen. Schau, wie der geht. Ha, was für ein Trott, leider. Was für ein dummes... Was für ein dummes... Was für ein dummes Opfer. Schau, wie ein blöder Arsch schaut. Was für ein Vollidiot. Aber hier kann ein Eider reinsetzen. Uh! Oh je! Um Gottes Willen, um Gottes Willen. Nicht, dass der noch ein Eider draufsetzen kann. Da reicht. Zuck aus. Great Buster Lunch. Zwei Jahre oder sowas brauchen wir noch. Dann sterben wir. Dass die ganze Vorhersage nächstes Jahr ebenfalls eintreffen könnte und die künstlichen Intelligenzen einen eigenen Willen kriegen und daraufhin durchdrehen. Was jetzt erstmal sehr abwegig klingt, hat scheinbar einen gruseligen Beweis. Und zwar müssen wir uns dafür einmal die Aussagen von Blake Lemoine angucken. Dies war ein ehemaliger Software-Ingenieur bei Google und er sprach in der Washington Post... Du mobst gerade eine KI. Was soll ich machen, ha? Schickt's mal so her, so ein Roboter. ...davon, dass ein entwickelter Chatbot von Google, der mit einer künstlichen Intelligenz ausgestattet ist, plötzlich anfing, einen eigenen Verstand zu entwickeln und auf einmal nach diesem eigenen Verstand antworten konnte. So soll die künstliche Intelligenz plötzlich über eigens erdachte Träume und Wünsche gesprochen haben und sie sprach auch deutlich davon, welche Rechte künstliche Intelligenzen in der Zukunft haben sollen. Diese Antworten waren extrem seltsam gewesen. Und nachdem Lemoine diese Dinge gehört hatte, war nach einer Untersuchung klar gewesen, dass die Antworten nicht normal waren und auch nicht einprogrammiert wurden, sondern dass diese Aussagen bedeuten mussten, dass die AI einen eigenen Verstand entwickelt hat. Als wäre diese Untersuchung dem ich... Aber ich glaube, naja, ab wann hast du einen eigenen Verstand? Aber vielleicht ist die KI einfach so gut, dass sie dir perfekt vorgaukeln kann, sie hätte einen eigenen Verstand. Sie muss ja nur checken, A, wie verhalten sich Menschen und dann das reproduzieren. So ein, ähm... Wer ist denn die Viecher? Papagei. Papageien können ja auch teilweise reden, aber haben... Ja gut, vielleicht können sie sich manche Wörter merken, aber so, sie können dir erstmal nachsprechen, checken aber vielleicht im ersten Moment nicht, was es bedeutet. Und dann denkst du dir auch nicht so, oha, mein Papagei hat gerade bei McDonalds irgendwas bestellt oder so. Sondern du denkst dir, ah, lustig, irgendein Viech hat ein lustiges Geräusch gemacht. Wie würdest du eine... Wie würdest du gegen eine KI kämpfen? Ich würde hingehen, würde Stecker rausziehen und dann würde sagen, na, naja, jetzt hast drei Stunden, viel Spaß. ...und Theorien zurück. Es gäbe angeblich nicht ausreichend Beweise dafür, um gesichert davon auszugehen, dass hier eine künstliche Intelligenz einen eigenen Verstand entwickelt hat. Es heißt aber auch laut manchen Quellen, dass... Ja, ganz kurz, was hast du gegoogelt, damit du das Bild gefunden hast? Sicher nicht KI. ...dass Blake wegen seiner Untersuchung und Veröffentlichung bei Google gefeuert wurde. Angeblich, weil er Dinge herausgefunden und veröffentlicht hat, die die Öffentlichkeit niemals hätte hören dürfen. Wenn dieser Vorfall bei Google wirklich wahr ist, könnte es durchaus sein, dass im nächsten Jahr weitere künstliche Intelligenzen einen eigenen Verstand entwickeln und sich daraufhin eventuell gegen uns Menschen stellen. Also das, was wirklich bei KI gefährlich ist, ist, dass die KI, Bruder, in einem... Also die KI will jetzt keine Roboter auf dich schicken, die dich so abstechen oder sonst was, aber eine KI kann eventuell sich irgendwo reinhacken und die Bank irgendwie hacken oder irgendwie, dass deine Karte nicht mehr... deine Karte sperren lassen und dies machen und das machen und dann irgendwie... vielleicht hast du ein Smart Home und dann sperrt dich die KI in dem Smart Home ein und deaktiviert irgendwie bei dir den Stromkreis oder sonst was und du kannst niemanden anrufen und du verhungerst dann da drinnen oder du machst diese Challenge über MrBeast 100 Tage lang in einem Superstore stayen. Also solche Geschichten sind dann eher gefährlich als... also und wahrscheinlicher als dass eine KI wirklich so auf zwei Beine zu dir kommt und dir das in die Fresse schlägt. Bundes... Bundes... Babo, dankeschön für Christoph. Offen wir einfach mal, dass die Ausmaße in unserer Welt nicht so apokalyptisch sind wie die in den Simpsons. Wirtschaftskrise. Gucken wir noch einmal auf eine ganz besondere Folge der Simpsons, die wir schon einmal angesprochen haben. Es geht um die Folge Bart's Blick in die Zukunft aus dem Jahr 2000. Dies ist die Folge, in der wir erfahren, dass zwar aus Bart nichts geworden ist in der Zukunft, seine jüngere Schwester Lisa hingegen die erste Präsidentin der USA geworden ist. Dies ist die Folge, in der wir auch erfahren, dass vor ihr Donald Trump Präsident war und Amerikas Wirtschaft wegen Donald Trump und vermutlich auch die Weltwirtschaft in den Ruin getrieben wurde. Viele Leute erwähnen, dass diese Folge die Präsidentschaft von Trump vorhergesehen hatte, dort genau diese Folge könnte noch etwas ganz anderes zeigen. Und zwar die Wiederwahl von Trump im Jahr 2024 und die Katastrophe, die darauf resultieren könnte. Wenn die Simpsons recht behalten, dann würde dies folgendes bedeuten. Die Simpsons sagten, dass nach Trumps Präsidentschaft eine Frau gewählt wird. Im Jahr 2020 kam nach Trumps Präsidentschaft allerdings Joe Biden an die Macht. Nun könnte es passieren, dass Trump als der Joe Biden ist auch eine KI, können wir uns da ganz kurz festlegen? Der wahrscheinlichste Kandidat der Republikaner nächstes Jahr gegen Biden antritt und gewinnt. Die derzeitigen Umfragen in der USA lassen ein Kopf-an-Kopf-Rennen bei der Wahl vermuten. Also den Umfragen darfst du jetzt sowieso nicht mehr trauen. Hast du ja gesehen, was seit 2016 dabei rausgekommen ist? Oder 2016 dabei rausgekommen ist. Die Umfragen sind halt immer so, weiß ich nicht, weiß ich nicht, weiß ich nicht. Es ist ja auch generell so, bei uns ist das ja, also es ist nicht so heftig, aber bei uns siehst du es ja auch oft, dass die Umfragen, die geben eine gute Richtung quasi an. Aber viele Leute wollen auch ganz einfach nicht sagen, was sie wählen oder sind sich vielleicht oder vielleicht sind gewisse Wählergruppen mehr extrovertiert und sind mehr so, dass sie das gern teilen und dass sie da an solchen Sachen, an solchen Umfragen eben gern teilnehmen und sowas als andere. Und deswegen musst du halt immer, ja, musst du halt immer vorsichtig sein. Ich bin gespannt. Im Endeffekt kannst du eh nichts anderes machen, als auf den Election Day warten. Es könnte also sein, dass die Simpsons hier vorhersagten, dass Trump die Wiederwahl gewinnt und daraufhin schreckliche Entscheidungen trifft, die dazu führen, dass die Wirtschaft crasht. Ausgehend davon, dass die Weltwirtschaft aufgrund von Kriegen und Katastrophen derzeit sowieso sehr angeschlagen ist, wäre es nicht undenkbar, dass dieses Szenario eintritt, wenn Trump einige schlechte Entscheidungen treffen würde. Also ich glaube, pass auf, warte mal, jetzt haben wir hier Koronski und ein bisschen Kriege und sowas und halt generell ist gerade alles irgendwie wasch und so und Preiserhöhungen. Die Weltwirtschaft ist gerade ein bisschen down, sagen wir mal so. Es ist ja jedes Mal so, dass du nach einem, wie hat das Kaisers in der Berufsschreibung gelernt, quasi nach einem Tief einen Hoch bekommst. Das heißt, es wird sich ein bisschen bessern, hoffentlich, ne, und dann wird es wieder abstürzen. So, es bedeutet, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass Trump 224 sich aufstellen lässt, aber nicht gewählt wird, dann sagen wir, okay, da geht es gerade rauf. Dann wird er 228 gewählt, macht irgendwelche lustigen Sachen und dann geht es wieder runter. Also ich glaube, real talk, ich glaube nicht, dass aufgrund von Trump irgendwie die Weltwirtschaft komplett in den Arsch gehen wird. Ich glaube auch nicht, dass er irgendwelche Kriege großartig anfangen würde. Schauen wir doch mal, wie das ist, vielleicht hier Nordkorea und so. Wobei, na, er hat sich ja mit Kim Jong-un getroffen. Mit welchem Land sollte sich Trump als nächstes anlegen? Ich wäre für Österreich, so Trump gegen Nehammer, Karl den Großen, das wäre schon ganz lustig irgendwo. Trump würde also vier Jahre regieren, bevor danach eine Frau an die Macht kommt. Man könnte nun sagen, dass dies aber nicht unbedingt eine Vorhersage für 2024 sein muss, da es ja genauso gut eine für 2028 sein kann. Doch es gibt einen Hinweis, den man hier nutzen kann, warum es vielleicht doch eher 2024 ist. Es gibt noch mehr als Demokraten und Republikaner, nur das sind eben die zwei prominentesten, sag ich mal. Also Trump hat ja schon einmal, ist es schon einmal, hat sich als Präsident aufstehen lassen. 2000, fragt mich nicht, irgendwann Anfang der 2000er, glaube ich, oder sogar nach 90er Jahre und zwar als Demokrat, oder? Ich glaube, so war das. Lisa ist im Jahr 2000 in dieser Folge sieben Jahre alt, so wie immer. In der Zukunftsvorhersage ist sie allerdings eine sehr junge Präsidentin, die jüngste jemals. Da man in den USA mindestens 35 Jahre alt sein muss, um Präsidentin zu werden, können wir davon ausgehen, dass Lisa ca. 35 sein muss. Und wann wäre sie 35? Wenn wir von der Folge ausgehen, wäre sie dies im Jahr 2028. Genau, wenn die Wahl in den USA stattfindet, wo sie gewählt werden könnte, nachdem Trump 2024 gewählt wurde. Okay, ist nur die Frage, wann musst du 35 sein? Wenn du dich aufstellen lässt oder wenn du gewählt wirst? Oder wenn du ins Amt kommst? Das ist natürlich nur ein netter Zufall, aber er sorgt dafür, dass viele vermuten, dass die Simpsons hier einen gefährlichen Blick in die Zukunft gewagt haben. AIs und Jobs. AIs und Jobs. Von einer schlimmen Vorhersage zur nächsten. Als nächstes geht es darum, dass nächstes Jahr massenhaft künstliche Intelligenzen unsere Jobs bekommen werden und dies dazu führt, dass Tausende, wenn nicht sogar Millionen Menschen arbeitslos werden. In Staffel 23, Folge 17, mein Freund der Roboter, geht es darum, dass Mr. Burns sich entscheidet, alle seine Angestellten durch Roboter mit künstlichen Intelligenzen zu ersetzen. Zumindest alle Angestellten außer Homer. Dies ist ein Trend, der dieses Jahr ebenfalls gut zu sehen war und der sich vermutlich die nächsten Jahre noch verschlimmern wird. Ich, maybe ist es so, maybe ist es so. Ich glaube tatsächlich, dass viel mehr Leute ihre eigene Arbeit auf AI outsourced haben als Angestellte. Einen Angestellten kannst du schwer direkt outsourcen. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel, so wie bei mir jetzt zum Beispiel, okay? Ich verwende zum Beispiel die Photoshop KI, weil die ist Bombe. Die ist mehr als Bombe. Äh, da kannst du alles, da kannst du so gut wie alles machen. Das meiste, was ich damit mache, ist irgendwelche Gegenstände removen. So, ähm, das ist richtig geil. Ich mache mal Photoshop auf. Ich zeige euch das nochmal, weil ich das so lustig finde. Äh, und ich denke, dass, also mit sowas spart man sich halt zum Beispiel viel Zeit, aber auch mit, äh, mit anderen Sachen wie zum Beispiel Chat, GPT oder sowas. Ich verwende das zum Beispiel auch oft, wenn ich irgendwas übersetzen muss, wenn ich einen langen Text habe, ähm, den ich irgendwie übersetzen muss, äh, wo, der sehr kompliziert ist oder den ich vereinfacht haben möchte, dann schreibe ich das da einfach rein, aber halt das, als in den ganzen Angestellten da so verschwinden zu lassen, ist halt recht schwierig. So, warte mal, ich mache mal ganz kurz eine neue Datei auf. Pass auf. Äh, ich mache jetzt hier mal einen kurzen Screencut. Jetzt gehe ich hier, tödün, jetzt gehe ich in Photoshop rein, warte. Okay, so, jetzt haben wir hier die Datei und ich möchte zum Beispiel den Roboter hier nicht mehr haben. So, warte mal, was sind denn die Layers da? Dann sage ich ihm, pass auf, ihn hier, oder machen wir, machen wir so. Zack. Gut, das ist halt jetzt ein einfaches, das ist halt jetzt ein einfaches Bild, ne? Warte, da auch noch so ein bisschen. Und dann gehe ich hierher, gehe auf Remove und dann generiert er das und schlägt mir immer drei Bilder vor. Ich liebe es, es ist, es ist das beste Leben. Und was halt voll witzig ist, ist manchmal bei so echten Bildern stellt er sich dann irgendeinen anderen Menschen dahinter vor, aber Menschen schauen immer so weird aus und dann remove ich da irgendjemanden aus dem Bild und dann sitzt da hinten irgendein anderer Mensch. Ja gut, das ist halt jetzt relativ einfach gewesen. Na, das sind die drei Optionen, die ich habe. Ja, okay, jeder ist das gleich. Aber dann kannst du halt einfach irgendein Bild nehmen, irgendwas removen und fertig. Das ist halt Bombe. Das ist halt Bombe. Das ist halt jetzt ein schlechtes Beispiel vielleicht gewesen, weil das halt hier sowieso ein Foto war. Äh, kein Foto war. Aber wie ist das, was ich meine? Von ChatGPT mit Journey & Co. ChatGPT. Wurden viele Künstler und Journalisten dieses Jahr entlassen. Auch viele Leute, die im Support-Sektor arbeiteten, wurden mittlerweile gefeuert. So kam es im Juni diesen Jahres dazu, dass der Axel Springer Verlag, dieses der Herausgeber der Bild-Zeitung, bekannt gab, dass über 200 Stellen deutschlandweit gestrichen wurden. Die Gründe dafür waren vielfältig, aber die nun freigewordenen Stellen wurden durch künstliche Intelligenzen zu Teilen ersetzt. Die E-Commerce-Firma Dunkent hat dieses Jahr im Juli etwas ähnliches. Dort wurde bekannt, dass der CEO 90% seiner Support-Angestellten entlassen wurde. Tough, but necessary. Necessary. 90% der Angestellten aka 90% der Gehälter. Das heißt wahrscheinlich viel für so die Installation oder vielleicht so ein Abonnement von so Chatbots, beziehungsweise für die ganzen Updates und sowas. Ich weiß nicht, wie viele 90% der Mitarbeiter sind. Sagen wir mal, du hast 100 Mitarbeiter und hast dann auf einmal nur noch 10. Bist du narisch, oder? ...hatte, um diese durch AIs zu ersetzen. Einfach, weil es günstiger und effizienter ist. Dies sind nur zwei von Dutzenden Beispielen, die dieses Jahr hervorkamen. Da künstliche Intelligenzen derzeit sich immer und immer weiter entwickeln und nächstes Jahr vermutlich noch viele neue auf den Markt kommen, die noch besser und noch effizienter sind, ist es durchaus zu erwarten, dass die Simpsons hier erneut Recht behalten werden. So wie sie angekündigt haben, könnte es passieren, dass nächstes Jahr Tausende, wenn nicht sogar Millionen Stellen gestrichen werden und die Arbeiter durch AIs ersetzt werden. Wenn man sich nun den Punkt in Erinnerung ruft, dass laut den Simpsons die AI irgendwann durchdrehen wird, dann wird das Ganze hier noch viel gefährlicher, wenn genau diese AIs in allen möglichen Firmen und Zentralen auf der ganzen Welt arbeiten und vielleicht irgendwann einen eigenen Verstand oder einen Hass gegen Menschen entwickeln. VR-Essen. Naja, naja. Mit den katastrophalen Vorhersagen von bisher kommen wir nun zu einer Erfindung, die nächstes Jahr bereits verkauft werden könnte und das, obwohl sie extrem futuristisch und abwegig klingt. Ich habe auch eine Idee, sowas ähnliches, sowas ähnliches. Pass auf, du hast ja Drucker. Drucker können theoretisch, wenn du alle Farben drinnen hast, na hier blau, schwarz, cyan, keine Ahnung, leck mich was, na C-M-Y-C-M-Y-K, cyan, magenta, gelb und schwarz, dann kannst du alle Farben damit drucken. Schaut euch meine Socken an, Schachbrettsocken, könntest Schachspiel darauf. Ding, könntest du nicht ein Gerät entwickeln, das verschiedene Gerüche drinnen hat, keine Holy Socken gerade eben nicht, das verschiedene Gerüche drinnen hat, voll viele, sagen wir 20 verschiedene und dann sich errechnet und dann kannst du quasi so ein anderes Gerät machen, das so, zum Beispiel ich, jetzt ich möchte euch mein neues Parfum zeigen, so. Dann nehme ich diesen Geruch auf und euer Gerät zu Hause druckt quasi diesen Geruch nach. Hier 5%, Mandel, 10%, fucking, keine Ahnung, Holy, 4% Socken, Schachbrettsocken und sowas. Dann könntet ihr das so, dann könntet ihr hier meinen Sockengeruch so aufschlürfen. Dann würdet ihr das machen? Ich denke schon. Es geht hierbei um VR-Essen. Gucken wir uns erneut die Folge Bartblick in die Zukunft aus dem Jahr 2000 an. Dort gibt es eine... Willst du nicht? Oh ja, das wäre Bombe für die Parfum-Industrie. Es wäre halt dann wahrscheinlich recht teuer, aber ich meine, das wäre ja Wahnsinn. So, ein Parfum kannst du original nur im Store ausprobieren, wenn es einen Tester gibt oder du kaufst es dir einfach auf Flex und hoffst, dass es gut riecht. ...Szene, in der Homer und Marge VR-Headsets aufhaben und dabei einen Schlauch im Mund haben, durch den sie Essen zu sich nehmen. Dabei essen sie virtuellen Toffee, der laut Homer nicht gut schmeckt. Sie essen also vermutlich eine geschmackslose Substanz, während sie sich Bilder und Videos von gutem Essen angucken, damit ihr Gehirn ihnen vorgaukelt, sie würden etwas Leckeres zu sich nehmen. So etwas ähnliches gibt es aber tatsächlich, zumindest ansatzweise. Die Aerobankets RMX ist ein VR-Erlebnis, bei dem man sein Essen besonders erleben soll. Dabei befindet man sich in einer VR-Welt, während man besonders entwickeltes Essen zu sich nimmt, welches durch diese besondere VR-Experience einen neuen oder intensiveren Geschmack bekommen soll. Es soll also letztendlich dafür sorgen, dass die Art, wie wir Dinge konsumieren, verändert wird. Dieses Prinzip, das im nächsten Jahr allgemein verfügbarer werden könnte, hat erschreckende Ähnlichkeit zu den Vorhersagen aus den Simpsons. Auch dort soll Essen durch ein visuelles Erlebnis einen anderen oder besseren Geschmack bekommen. Wenn dies erfolgreich ist, könnte es vielleicht sein, dass die Simpsons Recht behalten und wir in Zukunft alle das gleiche essen und uns nur vorgaukeln lassen, wir würden andere, vielleicht bessere oder leckerere Dinge verspeisen. Und das waren... Ja, why not? Why not? Das klingt gar nicht mal so schlecht. Fünf mögliche Vorhersagen der Simpsons für das Jahr 2024. Allein wenn du dann so denkst, pass auf, wenn du in ein... So, wenn du zum Beispiel in ein Restaurant gehst, sagen wir mal so, wenn du bei dir zu Hause etwas kochst und bei dir so auf der Couch einfach dir rein schiebst, so, also in den Mund, dann ist es was anderes, als wenn du in ein Restaurant gehst, was vielleicht noch so direkt neben dem Meer ist und was vielleicht eine geile Aussicht hat und sowas. Und da schmeckt das Essen einfach anders, obwohl es genau das gleiche Essen ist. Es geht ja um das Feeling dabei. Deswegen, wenn du ein gutes Feeling mit einer VR-Brille oder sowas produzieren könntest und dann mit meinem Geruchsdrucker, dann maybe schon. Aber ich glaube, das dauert dann noch ein bisschen länger. Beziehungsweise, selbst wenn das da ist, selbst wenn sie das jetzt rausbringen würden, dann würde ich trotzdem nicht sagen, okay, das ist jetzt ein Ding, was 2023 oder 2024 so wirklich so Hype bekommen hat. Ich denke aber, das wäre recht teuer. Aber wir wissen jetzt auf jeden Fall, Trump wird irgendwann wahrscheinlich wieder gewählt oder wird sich halt nochmal aufstellen lassen und Lisa Simpson wird Präsident, während AI die Welt killt.